hallo und herzlich willkommen zu diesem video es ist nur eine kleine info dass ich gleich live gehe ich hatte noch das video zu bearbeiten habe es heute morgen aufgenommen und ja dazu sage ich nur noch fröhliche weihnachten euch allen und gleich im stream hoffe ich dass noch spaß haben ich zocke erst wie gesagt noch unter battlefield weil es verbockt ich weiß auch nicht auch wenn ich jetzt irgendwie am verkacken war heute morgen mehr verkackt als gewonnen aber es soll einfach spaß machen und ja ihr könnt das video noch zu ende gucken und dann den stream anhauen macht das wie ihr wollt die die dabei sind wollen mein video meine kanalinfo ne da findet ihr meinen psn-namen und jetzt nicht dauernd nachfragen und das steht auch unter dem video mittlerweile drunter weil ich es ab und zu reinkopiere also in den meisten fällen müsst ihr mal nachschauen das heißt nicht nachfragen platz vom ps4 und ja dann wird danach heute mittag noch ein gta stream gestartet denke ich auch kat ist auch dabei mir etwas glück ist kat gleich auch hier beim links wir haben die nacht fast durchgemacht ich ja kat nicht egal hoffe ich gehe es auch dabei und alle anderen auch ich sollte mal wieder entblocken den habe ich ja blockiert deshalb entblock ich ihn und ich hoffe mal dass er nicht mehr so eine scheiße baut und ja gut das würde also heißen ich mache mir jetzt kurz komplett fertig und mach danach den stream ein kurzzeit ist zu ende zu schauen könnt euch was ihr wollt am ende wieder ein paar screenshots eingeblendet ich mache mich auch als demnächst an ein ordentliches und ich sag mal video intro und ein video auto würde ich auch sagen denn das kann man ja hiermit erstellen mittlerweile mit dem share factory gedöse dann würde ich mal sagen haut rein bis nachher und viel spaß beim rest des videos ja da kam mir mal recht ich gucke nicht mehr wer es ist also machs gut und bis nachher ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020